Ab in der schwedischen Gardin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield Hardline, diesmal Alcatraz, das Gefängnis, kennen wir ja die Gefängnisinsel, die legendäre Gefängnisinsel, man kann jetzt tatsächlich hier im Knast sich ein Bett liefern, das wollte ich euch unbedingt zeigen, dann haben wir auch glaube ich schon alle vier neuen Maps von dem neuesten DLC durchgespielt mit den letzten vier Folgen, aber es gibt ja noch andere Maps, die ich ja noch gar nicht gezeigt habe, beziehungsweise noch gar nicht gespielt habe und die will ich auf jeden Fall auch noch spielen, wenn ihr dann Lust drauf habt, dann sagt ihr doch mal, eine Kommentarbescheid mit einem Däumchen, ja, mit einem Däumchen da oben, weil sie sich, hey, die wünschen sich noch mehr folgen, okay, auch diese Map habe ich natürlich noch nie gespielt, man muss natürlich jetzt erstmal gucken, boah, auf jeden Fall krass gemacht, im Knast, wurde einer von meinen Mates gekillt hier oben, guck mal, ist natürlich mega offen, wenn man hier rumrennt, und man sieht niemanden, umstritten, ich gehe mal in eine Zelle, ich bin hier da, Boah, die Synco von Hardline, ey, ich krieg mich nicht mehr ein, Alter, jajajajaja, jetzt sehen wir nichts, Tropics, Okay, immer noch der Hardcore Server, also der gleiche Server wie die aus den letzten Maps, das ist einer der wenigen Server, die voll waren, und das sollte man dann bei Hardline auch schon mal nutzen, So fies, wie es klingt, ich weiß nicht, inzwischen könnten die Spielerzahlen wieder ganz gut sein, I don't know, So, B, die Zellen sind weg, okay, Erster Kill Kann man eigentlich hier, äh, die Wände durchspringen, das wäre lustig, Hört mal nach, Kommt man von hier hinten, ne, Wir nehmen einfach mal einen, Operator Gold Service da, nice, Einfach einnehmen, Oh, wir nehmen nicht mehr einen, Werfe, brennt, Granate! Müssten hier unten alle sein, Los, wir müssen auf dieses Gebiet feuern! Ist ne kleine Map, Bewaffnet, wir verlaufen, und ausgeschaltet! Ah, wen haben wir denn da getötet? Erinnert euch an der letzte Folge? Achtung, verdammt versammelt! Mag die Map jetzt schon, ey, ich find die cool! Aber wir nehmen den Punkt hier überhaupt nicht ein! Wir sind hier über uns vielleicht! Aber wie hoch kann man den Punkt hier nicht einnehmen? Mach höher geht's nicht, ne? Ne! Pass auf, pass auf, pass auf! Wir nehmen einen! Wir nehmen es wieder nicht ein, es ist schon wieder umstritten! Alter! Da haben wir den Punkt in hier! Das ist grabben! So offen hier! Ne ne ne, ne, als wir vielleicht kannst du vergessen! Sehr gut, das wäre geschafft! Versuch's jetzt nochmal! Kannst du nicht einnehmen den Punkt hier gerade, der ist... Oh... Jetzt vielleicht! wieder umstritten steppels oh man ey ich hatte 4 1 ich war gerade mal gut drin und dann tötet mich so ein trottel muss eigentlich kann es schnell aber kommen scheiß drauf man muss erst mal wieder da rein arbeiten das problem ist wir waren gerade mal drin und jetzt haben die alle punkte eingenommen hier in trennen ja gut nach oben ist eine idee gute idee der reaktion von gerade eben noch gott 4 3 ja prima wir waren gerade einmal drin das ist so eine scheiße team kill ich ärgere mich darüber können euch können wir wissen so müssen jetzt erstmal von außen wieder da reinkommen wo ist in san francisco sieht man es von hier aus ach da hinten sehen wir gerade auch hat mega gefistet nein ach komm hilfe aber wir haben drei geholt und bei zwei und ein team wieso 6 3 ach so doch ist richtig alles klar ein bisschen ein rainbow gerade hier auch mal geil wenn man so ein großes gefängnis hätte als map ein riesen map mit mehr zeit und so alter schwede ach du scheiße ich habe nichts gecheckt dies meine freunde war relativ peinlich so aber wir haben c back okay wir müssen ins gefängnis rein das ist aber nicht so einfach ach einer von den pissern erholt wenn man die ganze laufwege noch nicht kennt die kampftonne hat mich gut tobi spielt auch mit wenn ich einen von den leuten mal nicht sehe beziehungsweise wenn du die map nicht kennst dann kannst du auch nicht erahnen wo die leute herkommen aber wieder was gelernt da oben na komm ich hab doch so ein glossy versteckt da oben dann zeig dich doch wenigstens nochmal ich versuche es einfach mal bitte ich werde so krass beschafft habe ich doch noch gesagt hätte ich doch noch gesagt dass das passiert ach ich habe eine idee ich habe eine idee ist nämlich abzusehen dass sie sich immer da zeigen weißt du was ich vorhabe genau das was der hier vor hat oh der ist oben ja das war eine Frage der zeit okay die nehmen den leuchtturm ein da gehe ich mal kurz helfen ach gott es tötet mich immer der gleiche fast aber ich habe trotzdem mein erzfeind hier erledigt an der einwandplan aus kommt immer was dazwischen schon gelernt hier bei battlefield hardline deswegen müssen wir nochmal den operator nehmen und gucken dass wir c zurückholen ach gott wir müssen tja wir kriegen grad richtig einen auf den sack hier bei der map alles klar raster aus ich bin jetzt ins gefängnis Macht euch bereit. Boah, da hat mir jemand richtig kräftig den Arsch gerettet. Fuck it. Egal, weiter, weiter, weiter. Komm, komm. Gibt es da hinten auch einen Eingang? Ach, guck mal, uns gehört A. He, he. Guten Tag. Zeilenkontrolle. Weiter, weiter. Ich nehme einfach mal ein. Komm, weiter, 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 Freunde. Können das Ding mal hier drehen jetzt. Gibt es da nicht. Ja, Mann. Oder mal Zeit. Ich glaube, oben, ne? Ne, das ganze Gefängnis kontrollieren wir jetzt mal. Hi, was geht? Kampftunnel, sowieso. Dankeschön. Jungs, warum seid ihr denn auch so blöd? Ich hatte irgendwo einer hier gewesen. Ne, okay. Okay. Das tut er denn, Scheiß. Was macht der denn da? 18-4. Nein! Sabotage aber, geil. Mann, 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 Mann. B wird eingenommen. Nein! Ich muss da rein. Ich habe eine Mission. Habe ich gesehen, Freunde, der Nacht. Habe ich gesehen. Bam, 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 bam. Holt euch den Punkt. Oh, oh, oh. Ich meine, von oben kommt jetzt einer. Achtung, Verdachtspersonen übernehmen ein Gebiet. Sind die oben auf dem Dach wieder? Ne. Nein! Alter. Weg da, weg da, weg da. Boah, ich bin wieder auf die Knöpfe meiner Maus gekommen. Das alte, bekannte Problem bei mir. Ich muss mich gerade erst mal regenerieren hier. Ich muss das erst mal sortieren. Oh, danke schön, Mann. Nein! Mann! Das tat so weh. Ich finde, langsam werden wir so ein bisschen besser mit dem Spiel. Ein bisschen warm, meine ich. Ich habe jetzt vier Folgen am Stück aufgenommen und man bekommt schon wieder ein gutes Gefühl dafür. Echt viel schneller als Battlefield 4, auf jeden Fall. Upsa. Okay, das ist nicht gut. Da hat er einen Teammate gekillt. Hör mal. Ist nichts. Achtung, unsere Officer hat ein Gebiet verloren. Ich seh, wenn man den drückt. Weiß man gar nicht. Ach, dann gehen die Zellentüren zu. So, so. Gehen wir hoch. Ja. Tu ich dann nicht mehr. Oh Gott. Muss man bei der einen Waffe 90 Killed schaffen, ey. Wenn ich das mache, dann... Ach, der ist auf dem Dach unterwegs. Links war einer, meine ich. Nicht runtergehen, nicht runtergehen. Guck mal hier, die versuchen jetzt hier hochzukommen wahrscheinlich. Ja. Dem stimme ich vollkommen zu. Hier ist dein Medikid. Ne. Aber da ist... Ach, guck mal, pass auf. Ich muss hier mal mitbringen. Ah, fuck it. Aber wir haben trotzdem den einen Typen da geholt. Der ist auch nicht mehr so gut. 14, 16. In der letzten Folge müsst ihr euch mal angucken, ey. Da ist der voll abgegangen. Die haben alle Punkte. Das ist ja... Das ist feierlich. An-An-An-An-An-An-A-An-An-An-An-An-A-An-An-An-An. Ah, schade. Panzer bricht in Munition. Okay, wir müssen den Punkt wiederholen. Alter Finne. Wo sind wir denn da reingeraten? Ah, ist mir ganz好itär gelaufen. Nein, der Grabendolch hat nicht getötet. Nein. Ok wir sind wieder back in business So wir müssen jetzt neu aufbauen Den konnte ich nicht mehr wiederholen Die fokussieren sich so aufs... NEIN! Alter Boah Der muss gerade richtig an der Eier sein, ganz ehrlich Komm wir Jungs rein da Ach! Ich habe die eine Treppe anfokussiert Da gibt es ja zwei, die zwei Leitern Das ist ja schlau Ah! Der echt bei... krass Boah Ich glaube wenn man die jetzt so runterziehen könnte Aber... NEIN! Anvisieren Dennis Ich müsste mal so ein Elektro... Ich müsste mal so eine Folge machen Immer wenn ich nicht anvisieren müsste ich auf den Elektroschock drücken Ha! Wie krass sein Bei jedem Game Hop! Ok mal gucken ganz kurz Die stehen doch bestimmt wieder da Wo ich denke dass die da stehen Wollen wir noch ein bisschen weiter? Kann man was von hier aus schon sehen? Ah! Aber wir brauchen beide Da oben Guck mal Hier Hat der überlebt Hat der überlebt Krass Ist das ein Hardcore Server? Na gut Headshot wäre natürlich safer gewesen Ich versuche es noch einmal und dann geht es wieder rein Ins Gefängnis Ein bisschen weiter vor Ein bisschen weiter vor Ok Warte mal sehen wir die andere auch noch? Ne die sehen wir noch gar nicht Aber die sind auf unserem... Ah die sind auf dem Dach Ok Hopp Ey was ist denn da? Ich ziehe hier gerade ein oder was? Ok weiter gehts Na klar ey Na klar ey Na klar Battle Division Germany So Sagen wir mal so Wir nehmen jetzt mal wieder den Operator hier Und holen uns erstmal 10 Nein die stehen irgendwo... Ah guck mal hier Ich kann auch den Nahkampf benutzen mein Freund Wo ist der andere? Ja Es ist immer der gleiche der mich killt Der hat mich schon wie oft gekillt viermal Ich ihn dreimal Dankeschön Endlich mal Macht auch nicht jeder Hier ein Medikid Wir holen sie wieder Yeah Go 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 Ein ins Gefängnis Nice Au alter Ich hätte gepannelt Schwuner vor Ah Sorry auf jeden Fall wenn du das sehen soll This man Ist da noch einer Achtung Verlatspersonen sind auf unser Gebiet vorgerückt Achtung Die Dach ist clear Werfe eine Brandgranate So da haben wir paar Sekunden gespart Fuck Fuck Er hat ihn Er hat ihn Ich dachte gerade er ist drauf gegangen Dann müssen wir B einnehmen Ich bin festgenagelt Ich bin festgenagelt Ok gut 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 So wir holen uns B Freunde Huh Verdächtiger eliminiert Achtung Verdächtiger haben ein Polizeigibiet übernommen Ich werfe eine Brandgranate Ich werfe eine Brandgranate Nachladen Wir haben Munition Immer noch umstritten Oho Alter die nehmen es komplett ein Oho Ok jetzt komm 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 go Ich geh auch mal hoch Ist doch nicht wahr Ja Ich hab die Munition gedroppt Ah hier Sehr schön Hopps Ja Springe ich auch direkt in die Arme des Gegners Das war sehr clever der rastet da voll aus ey der Typ Im Jet Im Jet So 5 Minuten noch die am C Oh wir sind in den Duschen Mhh Pantine Ja hier will man unbedingt was essen Du Filters online Ok Biss in der B vorzurücken Verdachtsperson haben ein Gebiet übernommen Ah Er oder ich Oh Achso Der Kollege schon wieder her Den kennen wir ja von den äh Anderen Matches eh Wo er immer versucht hat mich zu messern Ach schade So B nehmen wir aber ein ey guck mal Es passiert was Yes Wir haben B Ah es wird gerade wieder eingenommen Boah das war ganz knapp Oh guck mal wem wir getüptet haben Der hat richtig gesessen Der hat mir richtig das Gesicht weggefetzt 20 Hat er noch 75 Level Boah Aber krass Kindhilfe aber bekommen Und die holen sich gerade wieder den Punkt zurück Ey B ist so krass umgekämpft Aber unser Team holt sich den Punkt gerade zurück Sehr nice Müsst aber unbedingt wieder runter 4 Minuten läuft das Ding noch hier Ah die haben mehr Tickets als wir Das wäre das erste mal in der Session Das wir im Match verlieren würden Wir gucken dass das nicht passiert Wir gucken dass das nicht passiert Boah Alter Ach er schreckt mich doch nicht so Hier kommen Medikits Hier hast du Munitionsdarschung Danke 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Werden wir alle gesehen Aber ich bin wieder da Ach so das war ein Gegner Hahaha Scheiße Die ist tot wie Jo Funk Da unten alter den hole ich mir Wo Der war doch gerade hier Wo ist der hin Der Typ ne Das ist immer mit mir battlen Ach komm Ich habe ihn noch gehört Ich habe die Steps noch gehört 621 52 21 Hat der beste Spieler der Der William 2 Boah Da hinten Ah von rechts Der ist um mich herum gelaufen Nein Nein Ja Battlefield Hardline Also ich habe jetzt wie gesagt Alle Maps die neuen aus dem neuen Premium die jetzt hier gespielt Ich muss sagen Wenn man sich auf das Spiel einlässt Und vor allem mal Bock hat Einfach mal so ein bisschen zu zocken Ja Dann ist das schon sehr sehr nice Die ganzen Maps und so Sehr cool gemacht Kann man auf jeden Fall Zwischendurch mal eine Partie mal zocken Und es ist wirklich schnelles Gameplay Okay Also ich mags Aber ich bleib doch Battlefield 4 irgendwie teuer Weil da gibt es Panzer So Guck mal da irgendwie noch ein bisschen Ist ja die andere nicht Ja guck mal da Okay Okay wir holen mal den Leuchtturm zurück Sollte der Mapper sein Sprengsatz ist angebracht Sprengsatz ist bereit Weg Daddy G Ich bring dich wieder in den Knast Ja ist ja nicht weit Komm Ah Können wir mal reingehen Ah wobei das Ding ist gelaufen Ah schade Das Ding hat leider verloren Das erste Mal in dieser längeren Session hier 26, 24, ja Durchschnitt Und wir sehen uns dann wieder in einer äh weiteren Folge von diesem Let's Play Oder natürlich in einem anderen Let's Play mal schauen Danke fürs Zusehen Und äh schreibt doch mal eure Meinung zu der Map in die Kommentare Macht's gut Ja 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 Ja